Hat einer von euch schon mal Skyrim Online gespielt? Äh, nö. Nur den Offline-Modus. Ganz normal. Ja, ja, ich auch. Also, alter Scores. Joa, dann lass mal stoppen. Was Snipen angeht, ich bin eine absolute Niete, also macht mal alles am besten ohne mich. Ja, das Problem ist halt, ich zocke halt echt mit dem Controller. Also nur. Na ja, kann ja beides anschließen, oder? Ich weiß, aber hier habe ich halt noch neben mir eine Funkmaus und Funktastatur. Ich zocke halt über den Fernseher auf der Couch. Ich präferiere halt einfach nur beim PC höhere Framerate, höhere das Bild als bei PS4 oder Xbox One. Aber ich bin absoluter Konsolenspieler von der Art. Ja, ich bin auch Konsolenspieler. Ups. Ja, das ist doch mal eine geile Maske. Ey, Frauen brauchen immer ewig zum Umziehen, oder? Oh, Entschuldigung. Fuck, ich habe noch nichts draufgedrückt. Ich bin schon letztes hatte ich. Einer zu einer Frau ist. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe erstmal noch hohe Texturen gestellt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt kein... Ja, dass ich noch alles sehe, um es mal ganz blöd aussieht. Was? Mit der Karte hier? Mit meiner Thüringen-Karte? Okay, das weiß ich nicht. Warte mal, ich zeige mal bei dir einen. Nein, fick dich! Alter! Ich weiß, es ist mega lang. Aber sobald man dort ist, hat sich's. Boah, ich liebe diese Reflektion. Sieht so geil aus. Meinst du die Pferdeffekte? Oder was für eine Reflektion? Meinst du auf der Straße? Auf der Straße, das Wasser. Hey, du überholst mich jetzt. Hey, hey! Mal sehen, auf ihren Lauf. Ich will das Leben dann kommen. Scheiße! Boah, fuck! Hey, ich warte auf den. Alter! Hahaha! Ja. Das ist so derbe, bei Regen. Alter, die haben wir auch so fast schon abfahren. Der Regen ist wirklich sauschwer. Also ich hab's ja damals auf der 360 gespielt. Und jetzt dann auf dem PC. Auf der 360 hat's kaum Unterschiede gemacht. Oh, shit. Oh, ey, diese Bäume. Oh, shit. Oh, shit. Ich spiel' nur mit Controller. Ich hasse immer auch so Tastator. Ich muss mir auch noch einen Adapter kaufen. Ich hab nur einen Wireless-Controller gekauft. Ja, du kannst aber einen Adapter für einen Wireless-Controller kaufen. Ja, klar. Du kannst halt einen Adapter für einen Wireless-Controller kaufen. Oder so ein Set. Ja, genau. Das hab ich mir damals geholt. Also einen Controller mit einem Wireless-Adapter. Den man halt über USB anschließt, den Adapter. Und dann halt Controller ohne Kabel nutzt. Und dann hab ich noch einen zweiten Controller von der Xbox 360 von damals gehabt. Alter, nur in der Ego-Perspektive. Ich weiß, wo du bist. Alter, in dem Auto siehst du in der Ego-Perspektive echt gar nichts. In dem hier? Ja, ja, ja. Ja, ich hab mich jetzt gerade in die Ego-Perspektive rein. Man sieht null. Warte, ich fahr jetzt mal in der Ego. Nein! Man sieht halt echt gar nichts. Alter. Alter, Alter. Ego-Perspektive. Ist so schlimm. Fährst du denn lang, Alter? Ja, ich wollte dir erzählen. Ich bin gesund und wirst abgerissen. Ja, ich war voll durch die Berge. Hey, geh hoch. Alter, ey. Alter, ey. Ego-Perspektive geht nicht. Sorry. Ja, natürlich nicht. Kein bisschen. Das war das bei dem Auto. Boah, das war gut geklappt. Ja, und die Straße. Wie fährst du denn jetzt lang, Alter? Genau. Wie fährst du denn jetzt lang? Frag ich mich auch. Wie wäre die Brücke oder sonst? Ich kann ja nicht helfen. Du bist nach der Britte. So, ich hab dir mal einen Wegpunkt reingehauen. Nein! Ja! Da hinten kann man nämlich nach. Also, gibt's nochmal eine Brücke. Da komm mal nochmal drüber. Alter, ich wär fast am Arsch gewesen. Du wär voll durchs Wasser gefahren. Dann fliege die Bicke auf da, ne? Ja, so schick ist der Tonnehmer. Aber ich dachte, das wäre jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin. Hier auf der linken Seite irgendwo. Das geht ja noch so, halt. Boah! Ja. Weg! Ey! Ja, shit. Ah, was Auto weg? Was, YOLO? Helfer ist ein bisschen. Du, da wurde einfach abgebremst. Ja, bei mir auch. Alter! Hat sie sich bei dir auch einfach das Auto gedreht auf einmal? Ja, aber ich bin ganz unabgedachtlich. Ich bin wegen dem Regen weggerutscht, ey. Ey, ey. Boah! Mal kannst du ja jetzt mein Auto zum Himmel lassen. Nico, drück mal X. Hä? Drück mal X. Was soll denn passieren? Na, dann bläst du dir ein. Was, mir? Ja, ja. Mir nicht. Ach so. Ja, Dokken halt. Ja. Oha, oh. Wo bleibt denn ihr da hin? Ohah, shit! Oha, shit! Kommt der denn hin? Ohaah! Ja, Gott, sieh, wenn du den Schlägefinger raushetzt, dann ist er viel langsamer. Guck nur, ob windig ist. Naja, dann geht's doch nicht. Ey, man kann halt nicht mal abbremsen bei den Regen. Nein, nein! Nein, Alter! Ganz rechts runter. Okay, halt, außen rum. Wollt ihr euch abholen? Nee, alles unter Kontrolle. Ah, du kannst du fahren. Macht ja keinen Unterschied. Und ich hab keinen Bock. Komm, warten wir mal auf die Brust. Scheiße. Ich find das hinten so geil. Disco-Light. Ja, das ist nicht so geil. Ja, das ist nicht so geil. Guck mal, guck mal mein Auto an. Guck mal mein Auto an. Guck mal mein Auto an. Also wir sterben bevor wir ankommen. Was ist denn da? Nein, 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 nein! Erst recht beim Regen. Ich glaube, die wollen, dass die Mission lange dauert, dass die grad bei der Mission Regen einbauen. Mit dem Auto. Ja, sieht halt einfach geil aus, absichtlich halt. Überrasch könnte man fast schon dort einfach starten. Also es ist halt... Unnötig. Ja, aber sieht geil aus. Ja komm, sieht doch mega aus, da hinten wie das leuchtet. Bei Regen hier, ich find's geil. Ich glaub das hätte jetzt ein bisschen untergeschaut, dass ich über die 60 FPS komme, weil sonst ist es einfach zu lächerlich, dass man da doch ein PC spielt, wenn man da auch auf der Xbox hat. Wenn man da mit 40 FPS spielt oder so. Was hast du für ne Grafikkarte? Ein GTX-57TI. Ah ok, also ich hab ne 69 oder so, da geht ein bisschen mehr. Fahren mit anderen Spielern in 200 AP. Ja, hab ich auch gleich gekriegt. Ego. Freunden ist er jetzt gut getriftet. Mhm. Mach auch was cooles. Boah. 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 Oh nice. Das war cool, das war wow. Du wolltest was cooles sehen, da hast du. Ja. Habt ihr die schon mal gemacht, die Mission? Ja. Okay, sehr ernst. Ja, aber ich hab die gestern gemacht, also geschafft auch. Ja, ich hab sie gestern auch gemacht. Deswegen, ich hab halt die letzte jetzt auch schon. Die ist so easy. Ah, find ich nicht, weil ich kann nicht snipern. Okay. Ja, ist halt echt so. Schlimm. Okay, dann machst du einfach nichts. Ja, das hab ich nämlich gestern auch gemacht. Ich hab einfach nichts gemacht. Okay. Ich kann zum Beispiel das Fahrzeug danach einfach. Ja. Du warst einfach am Fahrzeug. Ne, ich bin reingelaufen ein Stück weit und dann wieder raus. So ganz grob. Überhaupt der, der das Fahrzeug holen musste. Ja, man kann eigentlich direkt draußen bleiben. Also wenn man eh nichts macht, dann kann ich draußen bleiben. Fahrzeug reinfahren danach. Mhm. Weil innen drin fährt ja ein Fahrzeug Patrouille. Fährt dann irgendwann raus. Ähm, und ab da kann man reinfahren dann. Naja, auf den warten dann ja. Genau. Man schlittert sich außen irgendwo hin, damit er einen nicht sieht. Ich muss dir sagen, wir haben alle weggesnappert. Das Auto stand draußen. Dann bin ich ins Auto eingeschrieben. Dann stand da, mach den Weg. War schon alle tot. Naja. Das Ding hat aber auch eine Endgeschwindigkeit, ey. Das reicht. So und jetzt nicht zu weit rück auf die Bremsen. Alles klar, nochmal gut. Jetzt geht's los. Kadaver. Kadaver. Jetzt kommt gleich wieder die Kamera, die kein Schwein interessiert. Bringt eh nix. Ja, bis wir auf das Fahrzeug, was da Patrouille fährt. Warten, dass es rauskommt oder wie? Ja. Äh, man kann's auch anders machen. Also wir haben zugemacht. Wir haben die ersten beiden ganz vorne bei Kamera 1. jetzt haben wir weggesnappert. Zu zweit. Also beide auf einen Schlag. Danach läuft man rein und kann sich oben durchfighten, sozusagen. Und zwar an einem anderen Weg, als das Fahrzeug rauskommt. Und sobald das Fahrzeug halt raus hier ist, fährt der eine mit dem Fahrzeug rein. Also das wir haben. Und dann sind wir halt weggesnappert und das war's. Zu grob. Nur wir haben's halt zu oft verkackt, weil man halt die gescheit wegsnipern muss. Immer zu zweit gleichzeitig. Ja. Damit sie eigentlich bemerken. Weil wir können's machen, mir egal wie. Aber ich kann nicht Snipern. Ich kann das wirklich nicht. Wichtig ist halt, dass ihr nicht eine Sniper nutzt, die allzu laut ist. Also eine, die etwas leiser ist. Es geht leiser und lauter. Ich weiß irgendwelche wie hier ist. Soll ich vielleicht das Fahrzeug mal wegfahren? Soll ich vielleicht das Fahrzeug mal wegfahren? Vielleicht lieber eine Snipern. Oder lieber eine, die automatisch killt. Aber... Ich glaube hier ist es noch nicht so laut. Glaube ich. Soll ich mal das Fahrzeug wegfahren? Ja, ja. Ja, okay. Nee, kannst du stehen lassen. Kannst du stehen lassen? Ja. Soll ich drinnen sitzen bleiben? Wartet einfach, bis das Fahrzeug wegfährt. Das Fahrzeug, das hier patrouilliert fährt. Ja, wartet bis es wegfährt. Dann musst du nichts machen. Okay, einfach nur hier stehen bleiben. Okay. So, dass du nicht gesehen wirst. Joa, ich steh halt neben der Straße, ne? Ja, das ist nicht so geil. Nicht so geil? Dann fahr ich mal ein bisschen hoch die Berge. Okay. Du darfst halt nicht in den Radius kommen von denen. Ja. Danach snappen wir einen nach dem anderen weg. Den aus dem Auto jetzt raus. So, ich steh oben am Berg. Da dürft ihr mich nicht sehen. Den aus dem Auto jetzt rausholen? Ja, oder? So, Fahrzeug ist vorbei. Okay. Warte, dann bitte den in den jetzt weg. So. Okay. Der kommt auch nicht mehr zurück, oder? Ich bin jetzt hier hinten da hinten. Bevor er den sieht, wir darf ihn nicht sehen. Wir darf ihn nicht sehen. Wir darf tote Leute nicht sehen, sonst werden die alarmiert. Du hast den Hälften weg. Ja, der hat glaube ich schon gesehen. Warte mal. Wo ist der denn da? Geh den. Er ist tot. Okay, nice. Überhauptschmuck. Doch, Mann. Trotz. Ja, okay. Komm weiter. Ich bleib mal noch ein Stück draußen stehen. Ich bin nämlich unfähig für die Mission. Ist echt so. Okay. Jetzt müssen wir die beiden Leute da erst wegsnappen. Die links. Gleichzeitig. Der wär echt geil aus dem Typ. Ja, ja. Hier die. Ich schnaip den links und tu den rechts. Okay. Drei. Drei. Eins. Lass. Was? Muss man eigentlich Headshot machen? Okay. Hey, mich nutzlos. Die da hinten. Ich mach den rechten. Gehen wir gerade hier hoch? Mach mal die erste Lieder weg. Welche? Da oben? Die seh ich gar nicht. Über im Käfig. Über im Käfig. Ich soll ein bisschen Schottler. Ja, sag. Machst du rechts. Ich seh die hier gar nicht. Ich mach rechts. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh fuck. Ach, die Weizen da. Muss ich den Head treffen, weil ich sie immer auf Head. Naja, sonst muss ich bestimmt nicht. Okay. Das war jetzt Whisky, weil der hatte ja eins mit dem Kopf rum. Komm, wir gehen mal nach oben. Warte jetzt. Ja, vorsichtig. Jetzt nach oben. Weil ab jetzt müssen wir aber die Ufenwand zu zwickeln, sonst werden sie sofort alarmiert. Warum ist denn so langsam was? Keine Ausdauer? Ich schleiche doch wie gerade so. Ja, aussahe ich aber auch nicht. Like in real life. So ist Zeit, ne? Alles schaffen wir locker. Hier irgendwo hier oben? Wo sind die nächsten Ben? Da sind irgendwie zwei Wissenschaftler da noch. Wo? Da an dieser Gasse da. Da unten links? Okay, warte dann machen wir gleich die Wissenschaftler erst checken. Ich sehe einen. Okay, warte. Ja, ja, warte. Ich mach den linken durch den rechten, okay? Der rechte läuft weg. Okay. Ich mach den rechten. Warte noch kurz, warte noch kurz. So. Du machst den rechten durch den linken, okay? 3. 1. Ja, okay. Den kannst du auch nicht. Ich konnte nicht, sonst wäre der hinter dem Rohr gewesen. Ich kann mich gerade sagen. Bei zwei, ich bin auf einmal. Hättet es mir leid. Okay, fuck. Fuck, 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 fuck. Wir müssen sehen, okay? Okay. Die Sicherheitsflug da. Aber wir laufen einfach oben auf dem Dach erstmal weiter. Park mal. Der kommt hier hoch, der kommt hier hoch, der kommt hier hoch. Bleibt ihn, wenn er hochkommt. Hab ihn. So. Okay, nice, nice, nice. Keine Ahnung, wo die da hinten sind, aber die zwei da am Wagen müssen wir wegballern. Es sind drei. Ne, noch nicht zwei. Du machst den Wissenschaftler. Ich mach den normalen, okay? Ja. 3, 2, 1, go. Okay, warte, jetzt vorsichtig. Die dürfen euch nicht sehen. Die dürfen euch nicht sehen. Die dürfen euch nicht sehen. Da oben der. Das ist einer nur, ne? Okay, warte. Ja. Okay, und einer noch. Wo ist der? Auf der anderen Seite, glaube ich. Oben. Ja, okay. Wenn wir weiter machen. Glaube ich. Noch eine? Weil wir sind letztens, also beim letzten Mal von der anderen Seite entlang gegangen. Also ihr seid von unten, wir sind von oben. Und das ist sozusagen der erste, auf den man trifft von der anderen Seite. Einfach. Einfach ohne nachzudenken. Da hat sich halt ein Tor gesehen, ne? Da hat mich noch nicht gesehen, ne, ne. Ist sehr feinlich. Ist sehr fan. Ja. Er kann ja nicht durchs Haus gucken, weißt du. Okay. Okay, also du kannst schon langsam herfahren. Okay. Er sieht euch nicht. Wir hier oben. Ja, machen wir. Ich kann den nicht wecken. Der ist irgendwo hinterm Haus. Komplett hinterm Haus. Du musst dich runterspringen. Auf dem Dach. Wir müssen ihn aber vorher killen. Warte. Warte. Geh einfach runter. Ich komme ja schon irgendwie wieder zurück. Hä? Geht ihr irgendwo hinterm Haus? Da ist er. So. Wartet kurz. Okay. Okay, komm. War's das? Ihr habt alle? Okay. Wunderbar. Müssen wir das nur noch hier rein fahren? Die Garage aufhecken. Dann müssen wir nur noch weg fahren. War's das denn schon? Ja, das war's dann schon. Ich geh warte. Wie funktioniert das? Ach so, macht er automatisch. Leute, was ist das denn? Wo ist das nec spielen? Hä? Keine Ahnung was ich machen muss. Ich feier. Wie funktioniert das Spiel? Ich glaub das soll eigentlich eine stelle Versuch haben. Und brauch so halt auf Zeit. Ey, das musst du da irgendwie so ein Teil lenken in irgendeine Richtung. Wie funktioniert? Ich weiß nicht wie das funktioniert. Ja man, nur 3 Minuten und 50 noch. Oder wenn die rote die... Was ist da denn? Sind da so ganz viele Buchstaben die von oben nach unten gehen? Ach jetzt? Jetzt verstehe ich. Okay. Fuck. Loll. Das ist wie so kacke, man. Nein, Mann. Ich hasse. Ich mach das nicht nochmal. Ey komm, 3 Minuten hab ich 10. Mein Hans ist abpacken. Mann, das ist eine Kratze, man. Das ist zu schnell. Schon wieder, Alter. Ich fällt immer das eine. Okay, jetzt. Noch zwei. Nur noch eins. Nein. Darf ich mal? Ja. Okay. Das ist so kacke. Das sind so eine Balken und du musst... Da hast du in der Mitte dazwischen. Ja. Du musst halt so eine Linie immer treffen. Genau in der Mitte dazwischen. Die Dinger werden halt immer schneller. Okay. Jetzt müssen wir abhauen. Okay. Hast du irgendwo einen Wagen? Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Komm her. Ja, bleib doch stehen. Ja, hier. Nee, willst du schwarzen? Junge. Du steck jetzt ein. So wird's nix. Dann musst du dann selbst einsteigen. Zwei Minuten. Scheiße, ey. Ich bin da rein. Nein, tu's nicht. Dann stirbt er. Dann war es das auf jeden Fall. Junge, das ist jetzt abkaufen oder was. Ja, mein, doch irgendwas muss er kurz packen oder so. Ah, jetzt ist er wieder da. Ich hab null. Ich hab null. Ich hab null. Ich hab null. Ich hab keine Sirene gehört und das Rucklinge. Ich hab nichts drin. Ja, sofort. Hier kommen jetzt noch Leute näher, oder? Ja, ja, kommen welche. Aber nicht abschießen. Einfach nur wegfahren. Ja, einfach nur wegfahren. Okay, shit, das ist ein MG gehört. Und Tür zulassen ist auch wichtig. Noch mal zwei Minuten. Wenn nicht mehr geschlossen wird, dann kann ich jetzt wieder wegfahren. Fahr einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Er sagt leg den Zahn zu und er wird als kürzester Schranke stehen. Ist mir egal. Einfach fahren vorbeifahren, ne? Genau. Und dann war es das auch schon. Das schaffe ich nicht. Ich muss hupen. Hallert sie ab. Hallo. 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 Ja, geschafft. Bestanden. Haben wir es geschafft? Ja. Wofür habe ich bitteschön Silber bekommen? Unverwickelt? Ne. Keine Ahnung. Du hast ja noch umgestanden. Genau. Nicht so. Boah, wie viel RP, Alter. Kriegt es viel? 4200. Ja, geht's halt. Warte auf Spieler. Yeah. Okay, dann äh, wie heißt du nochmal Raffle Cop? Ja, Raffle Cop. Simon heiße ich. Okay, Simon. Ähm, richtig. Ähm. Machen wir dann am besten erst mal deine Mission kurz und dann meine noch. Ja, das war jetzt eigentlich die letzte in der Mission. Mission 3, oder? Ja, aber jetzt kommt das Finale. Ach so, ja. Und da gibt es Kohle für. Genauso wie bei mir auch. Also ich habe das Finale jetzt auch noch. Ja, das Geld kann ich euch zuschreiben. Äh, hier. Ähm, 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 ähm. Ich brauche eigentlich nur das gepanzerte Fahrzeug. Danach können wir eure Mission machen. Weg, Alter. Schwarzer Bildschirm, Ladebalken oder Ladeteil. Ja, ja. Fertig. Wunderbar. Da fehlt Eremont. Hm. Irgendjemand. Basti, oder? Nee. I'm here. Ach so, die Taste ist die Aktion. Wusste ich noch gar nicht. Oh, oh, da kommt uns jemand besuchen. Ha? Nee. Ist vorbeigefacht. Na doch, da. Junge. Das passt hier groß. Bei mir den immer noch. Der ist noch nicht sterb. Ab in den Panzerwagen und hinterher. Ja, manchmal geht es länger oder unendlich lange. Das ist ein bisschen schlimm, ja.